Die Kompaktausbildung Immo-Mediator bietet Sachverständigen die Möglichkeit, zusätzliche Akquise-Möglichkeiten im Bereich Ehescheidung, Erbschaftsstreitigkeiten zu generieren. Hier Kunden, die sich miteinander auseinandersetzen, durch gekonnte Frage- und Gesprächstechniken und auch Verhandlungstechniken zusammenzubringen, sodass sie sich mit ihnen zusammensetzen, nach einer optimalen Lösung suchen. Und sie haben dann neben der erweiterten Akquise-Möglichkeit für dieses neue Geschäftsfeld eine sehr, sehr hohe Kundenzufriedenheit und eine sehr hohe Weiterempfehlungsquote.